Wenn Sie in Ihrem Unternehmen bessere Geschäftsentscheidungen treffen wollen, dann brauchen Sie Business Analytics, Business Intelligence. Aber reicht das eigentlich aus für die Märkte von morgen? Brauchen Sie nicht viel mehr Predictive Analytics? Und was ist das eigentlich? Darüber sprechen wir in der Computerwoche Web-Info-Session in Zusammenarbeit mit TIPCO Software. Predictive Analytics Praxis, bessere Prognosen dank maschinellem Lernen. Registriert sich doch einfach jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020